Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, nach Naidoo Rauswurf, wird der Wendler neuer DSDS-Juror? Xavier Naidoo musste nach mehreren Videos fragwürdigen Inhalt bei Deutschland sucht den Superstar seine Mütze nehmen. Nun soll angeblich Michael Wendler seinen Platz in den Live-Shows besetzen. Eingefleichte Klatsch- und Trashbegeisterte munkeln es bereits für die meisten anderen, aber wäre es wohl eine riesige Überraschung. Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo soll RTL Michael Wendler engagiert haben, um bei Deutschland sucht den Superstar, dessen Platz einzunehmen. Naidoo war nach mehreren plötzlich im Netz aufgetauchten Videos, in denen er sich rassistisch äußerte und seinen Verschwörungstheorien freien Lauf ließ, seinen Job als DSDS-Juror im zweiten Jahr fristlos gekündigt worden. Wohl möglich Glück für Michael Wendler, der aktuell ohnehin in Deutschland festsitzt, weil Freundin Laura Müller-Kandidatin bei der RTL-Show Let's Dance ist. An eine Rückreise nach Florida ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage derzeit nicht zu denken. Und so wird wohl möglich der 47-Jährige schon ab kommenden Samstag Naidoo's Stuhl bei den ohne Publikum stattfindenden Live-Shows besetzen und das Können der übrig gebliebenen sechs Kandidaten bewerten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch noch nicht. Allerdings hat Michael Wendler nicht nur eine erfolgreiche Musikkarriere vorzuweisen, auch ist er in Sachen TV, im Allgemeinen und RTL im Speziellen äußerst erfahren. Er war bereits im Dschungelcamp und gemeinsam mit der 19-jährigen Laura bei Das Sommerhaus der Stars. RTL-Schwester Sender Vox begleitete das Paar zudem im Rahmen der Auswandererserie Goodbye Deutschland. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn der Wendler den Drop von Xaver Naidoo übernehmen würde. Würdet ihr das cool finden oder einfach nur übertrashig? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.